Eine grandiose Stimmung. Wahnsinn. Jetzt werden wir sich die Mädels kränken. Eine viel bessere Sieg. Gar nicht mehr noch. Zu viel nackte Haut. Furchtbar. Jetzt machen wir die Mädels mal richtig nass. Äh, weiß. Wir sind jetzt auf dem Heimweg und wir haben 11 Uhr wieder. Nein! Wir sind festens gerüstet mit Schaum. Und dann haben wir die Mädels richtig, 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 richtig nass gemacht. Mit Schaum. Ist hier so eine Tradition. Barfamilie ist das letzte Mal, oder das letzte Jahr das erste Mal, wo wir dann gesehen haben. Wir haben die Sprühdose oder die Schaumdose und sprühen sich wirklich, wie man es früher kennt, an der Badewand. Wenn man dann hoch geht. Und alles ist voll mit Schaum. Genau, wie sieht es aus. Aber nichts Verroten. Hươngweg Und dann gehen wir die Badewand So, wie wir jetzt den Fahrer haben, darf man die Sprühdose, die man draußen kauft, nicht mit reinnehmen. Aber, da kommen wieder alte Kindheitserinnerungen hoch, wie man die Sachen reinschmuggeln. Also wie gesagt, erst dann innen drin im Gelände kaufen, die Schaumdose. So, dann gucken wir mal. ¡Ajuerde! Buenas noches para todos. Otro aplauso para las elecciones carnaceras de fútbol. Brillante campeones de la Interliga, que le transporte a la divisional intermedia. So, wir waren jetzt oben an der Bühne, die ist ziemlich schmal, kostet einen Arsch voll Geld. Man sieht wirklich nichts, weil es nur zwei große Plattformen sind. Würde ich abraten. Also ich würde auf eine ganz normale Bühne gehen. Ich glaube 30.000, 40.000 Guaranis. Und kriegt ca. 5 Euro Eintrittszahler. Und man sieht viel mehr. Ich war jetzt gerade so am Stand hier hinter mir. Da kann man solche Eimer kaufen mit vier. Diese hier. Und jetzt mal was trinken wollte. Aber jetzt kommen immer mehr Leute in die Tribüne. Und ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Also, naja. Weiter. So. Das ist unsere Tribüne. Und äh. Rappelvoll. Ich zeig's gar mal schnell. Also, wir sind jetzt oben an der Bühne. Wir haben jetzt oben eine Fläche. So. So sieht der Eimer Bier aus. Und es sind nur zwei Ebenen. Hier eine und da unten eine. Und schon eigentlich alles voll. Bis auf hier. Das Stück, wo wir dann sehen. Ich kämpfe ihn mal vor. So. Also, wirklich ein Tipp. Kauft euch günstige Karten. Setzt euch in solche Tribüne. Achtung. In solche. Da sieht man viel, viel mehr. Und äh. Ja, ist ein bisschen schade jetzt. Also. Es sind nur so zwei Ebenen. Und halt Probe voll. Es tut mir leid, dass ich kein besseres Bilder kriege. Aber nächstes Jahr ist wieder Fasching. Haha. Karneval. Ich bin hier. Ja, dass ich das habe. Das ist, die Bühne. Ich bin hier in Deutschland. Ich habe jetzt nicht mehr wie, wie die Bühne hier. Ja, wie das ist. Wir haben jetzt, wenn wir jetzt mit der Chef reden. Ich werde jetzt mit der Sicherheitsleute, dass wir alle drei Tribüne kriegen. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe, da zahlt man 30.000 anstatt 80.000 oder 100.000 und schaut mal, eine viel bessere Sicht. Ich muss mich wiederholen, jetzt ist Zwixal die Tribüne hier, mega Platz und viel besseres Sieg für 30.000, ich gebe jetzt gerade einen Preis, da war mehr als 130.000 bezahlt, also 100.000 mehr, 12 Euro mehr für die Tribüne, wo man gehabt hat und jetzt war, da hast du nichts Zehkalt, also überhaupt nichts. Und da drüber, die Lichter, das ist Posadas und hier, der schwarze, das ist dann der Rio direkt. Der ist sehr schön, also... 12.000 footnote Nummer Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Musik Ich kann nicht mehr nachdenken. Ich kann nicht mehr nachdenken. Das ist jetzt ein Partybus und was auch cool ist in Encarnacion, was ich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe, ist tatsächlich, du kannst solche Busse hier mieten, die sind mieterbar und Anlage und dann gehst du für Jungs in Abschied oder für, ja, wenn du in der Gruppe seid, könnt ihr so einen Bus mieten und dann könnt ihr hier in Encarnacion dann rumfußen. Hier steht auch die Telefonnummer für Reservaciones. Ein Moment. Und die Jamaika haben auch noch und ganz, ganz tolle Mohn. Und hier schwiert es rum, der Wahnsinn, riesengroße Käfer. Und das sind meine Damen vom letzten Samstag. Wir sind von Tres Leones. Das ist ein Rum hier in Paraguay. Positiv verrascht. Sehr guter Rum. Jetzt machen wir die Mädels mal richtig nass. Äh, weiß. Die Mädels llega. Ja, da ist ja kein R underlying. Mehr Ahmet! Sein Geht. Und sie haben einen sehr medioerven Tag. Ja, da ist ja kein R 화 bei. Ja, da ist ja kein R responders. Es ist es. Ja, da ist ja kein R defa. ... die Mädels krampf. Der Ball ist auf der Fall! Mit den Hand auf, in die Hand auf! Wir sind gespannt! Die sind beeinflusst! Impresionante, impresionante como se mueve Palotarría Nacional. Arriba, 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 arriba. Ponce Río. Ponce Río. Esa, después se mueve, déjame hacer. Arriba. Dice, dice, dice. Como ven las chicas celebradas. Arriba. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine grandiose Stimmung! Wahnsinn! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt auf dem Heimweg und wir haben 11 Uhr wieder. Nein! Wie viel haben wir jetzt? Eins? Halb zwei. Halb zwei. Der Umzug geht bis um drei. Und es zieht sich doch ein bisschen. Aber ich finde die Pause gar nicht schlecht, weil dann kann man abends Uhr auf die Toilette gehen und verpasst dann nichts vom Umzug. Überragend! Also der Fasching in Deutschland, ich war sowieso ein Faschingsmensch, ist mega toll. Das hier ist etwas ganz anderes und ich kann es nur jedem empfehlen. Kommt mal her, macht es mal mit. Und es ist etwas ganz ganz anderes und ich fand es mega toll. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende wieder. Und ich denke wir machen jetzt jede Woche ein Video. Es passiert noch einiges die nächste Zeit. Und ja, ich halte euch auf einen neuen Stand und wünsche euch ein ganz ganz tolles Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao!